Hallo liebe Stepkick-Mannschaft! Ich hoffe, ihr habt die erste Übung gut gemeistert, denn heute wollen wir einen Berg besteigen. Dafür stützt ihr euch mit Blickrichtung auf den Boden auf beiden Händen und Füßen ab. Dann zieht ihr die Knie abwechselnd bis zum Ellenbogen heran. Wenn euch die Übung immer noch zu leicht fällt, nehmt ihr einfach einen Ball, legt ihn dann vor euch hin und stützt euch mit euren Händen auf diesen Ball ab. So könnt ihr dann die ganze Übung nochmal wiederholen. Na? Schafft ihr das?